Was ist der Rahmen der Tarifbezahlung? Was ist der Rahmen der Tarifbezahlung? Es ist nicht mehr so, wie vielleicht mal, wenn es jemals so war, in den 90ern oder so, dass der Arbeitgeber sagen kann, okay, wenn es dir hier nicht passt, dann gehe ich, finde jemand Neues. Nein, es gibt keinen Pflegedienst, kein Krankenhaus, keine stationäre Einrichtung, die nicht Pflegekräfte suchen. Und das heißt also, da, wo Pflegekräfte sich auch zusammentun und zusammentun wollen, das gelingt unterschiedlich gut, wenn wir ehrlich sind in der Pflege, dass sich zusammentun, dass sich organisieren und zu sagen, wir treten jetzt gemeinsam gegenüber dem Arbeitgeber auf oder in Tarifverhandlungen auf und setzen uns jetzt mal durch. Und das möchten wir mit dem Pflegenetzwerk durchaus auch befördern, dass man sozusagen miteinander wahrnimmt, wie viel stärker man ist und sein kann. Die Pflegekräfte sind viel mehr als die Ärzte, aber die Ärzte schaffen es irgendwie immer besser, ihre Gehaltsvorstellungen durchzusetzen. Die Pflegekräfte sind viel mehr als die Ärzte, aber die Ärzte, aber auch ein paar werden. Die Pflegekräfte sind viel mehr als die Ärzte. Vielen Dank.